Hallo! Heute gibt es endlich den Geburtsbericht zu meiner kleinen Tochter, nämlich der Lilly. Ich habe hier jetzt ein paar Wochen Zeit gelassen, um dieses Video zu drehen. Das liegt einfach daran, dass ich auch meine Zeit gebraucht habe, um selbst alles einmal zu verarbeiten, bevor ich das irgendwie erzählen kann, weil es ist einfach nichts Alltägliches, was man da durchmacht bei so einer Geburt, sondern ja, es ist schon teilweise sehr heftig. Es fing ja eigentlich alles an mit meinem Video zu meinem letzten Tag als Schwangere. Es war tatsächlich der letzte Tag als Schwangere. Das wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt, als ich das Video gedreht hatte, nicht. Aber so im Nachhinein ist es eigentlich eine ganz schöne Erinnerung, sich das nochmal anzuschauen, auch mit dem Kugelbauch. An dem Tag war ja auch eigentlich alles normal. Es war mein Geburtstag. Wir haben so ein bisschen zu Hause gefeiert und hatten einen schönen, ruhigen Tag eigentlich. Aber es ging dann in der Nacht los mit Wehen. Das war wieder so um circa 2, 3 Uhr, wo ich dann wirklich wieder aufgeweckt wurde von diesen Wehen und wo ich auch veratmen musste. Aber ich hatte das ja schon mal mit diesem Fehlalarm. Deshalb wollte ich das dieses Mal definitiv nicht. Und ich habe dann einfach veratmet und dann waren sie weg. Und dann habe ich das einfach so sein gelassen und habe jetzt Justus nicht aufgeweckt und wollte nicht ins Krankenhaus. Die kamen dann auch wieder alle paar Stunden, aber ich wollte dieses Mal wirklich den Ball flach halten und habe mich eigentlich nicht großartig beschwert darüber. Und Justus eigentlich auch nicht wissen lassen, dass ich gerade Wehen hatte. Und ansonsten begann der Tag eigentlich auch ganz normal. Also Justus war ja da. Er hatte ja Urlaub. Er hat die Kinder in die Kita gebracht und kam dann wieder. Und ja, hat dann hier ein bisschen was gemacht, da ein bisschen was. Und ich habe eigentlich die ganze Zeit an diesem Vlog gearbeitet, weil es war ja der Mittwoch. Und ich wollte, dass mein Geburtstagsvlog an diesem Tag abends online geht. Und ich habe die ganze Zeit daran rumgeschnitten. Und ab und zu habe ich dann halt meine Wehen veratmet und dann hat das Justus ein bisschen merkwürdig gefunden. Und er hat mich dann gefragt, ja, sollen wir nicht jetzt langsam irgendwie ins Krankenhaus fahren? Sind das nicht schon Wehen, die die Geburt ankündigen? Und ich habe nur gesagt, nein, nein, das kann doch Stunden dauern. Ich hatte auch eine App, an der man diese Wehentätigkeit, diesen Abstand messen konnte. Ich habe dann immer Start und Stopp gedrückt eben, wenn die Wehen kamen und gingen. Und vom Zeitabstand her wurde es halt tatsächlich immer kürzer. Also irgendwann wurden es alle 10 Minuten. Und Justus hat dann die Kinder von der Kita abgeholt und meinte dann, ja, jetzt können wir doch langsam mal ins Krankenhaus fahren. Und zumindest die Babysitterin angerufen, dass hier zu Hause alles einmal safe ist. Ich habe dann wirklich noch bis ca. 15.30 Uhr an meinem Vlog geschnitten, bis ich dann wirklich selbst gemerkt habe, okay, ich glaube, der wird heute nicht mehr online gehen. Ich glaube, ich schaffe das heute nicht mehr. Und irgendwie wäre es doch ganz gut, langsam loszufahren. Ich weiß, ich habe auf meinem Handy nochmal nachgeguckt. Da kann man ja sehen, um wie viel Uhr man irgendwo angerufen hat. Und ich habe um 15.53 Uhr im Krankenhaus angerufen, um mich anzukündigen. Das soll man ja machen, bevor man losfährt, damit sich die Hebamme schon mal so ein bisschen darauf einstellen kann, dass da gleich jemand kommt, der gebären wird. Die Großen hatte ich schon Tage bzw. Wochen vorher darauf vorbereitet, dass es irgendwann so weit sein wird, dass Mami ins Krankenhaus muss, weil Lilly dann kommt und sie deshalb wahrscheinlich erst mal kurz alleine zu Hause bleiben müssen. Und das war in diesem Fall auch so. Also wir hatten die Babysitterin angerufen. Das ging alles sehr parallel. Sie war schon auf dem Weg zu uns, aber wir sind dann auch schon losgefahren. Die Großen haben also eine kurze Zeit lang alleine im Kinderzimmer gespielt. Das war aber absolut kein Problem. Und ja, dann sind wir losgefahren und auf dem Weg dahin um 16.16 Uhr. Das ist so krass, dass ich diese Uhrzeiten alle weiß, weil diese Kamera das auch gespeichert hatte, als ich gevloggt habe. Ich habe ja tatsächlich im Auto noch gevloggt. Das konnte man auch in diesem einen Video sehen, als ich gesagt habe, ja, wir fahren jetzt los und ich habe wehen. Lilly kommt. Jetzt im Nachhinein finde ich das auch extrem krass, dass ich in diesem Augenblick noch gevloggt habe. Aber da ging es mir eigentlich auch noch gut. Also ich hatte jetzt keine extremen Wehen, sondern halt nur ab und zu Anwälte, die ich veratmen musste. Wir haben eigentlich nur 10 Minuten Fahrtweg bis ins Krankenhaus. Aber diese 10 Minuten haben sich so unfassbar gezogen. Und das ist wirklich so typisch, dass auch der Verkehr in gerade dieser Zeit unfassbar langsam voranging. Wir mussten auch durch so eine 30er-Zone. Und das ging einfach so langsam. Ich habe das aber gar nicht mehr so mitbekommen, weil ich wirklich schon sehr regelmäßig veratmen musste. Da ging es dann wirklich schon alle 5 Minuten und dann wurden es plötzlich alle 2 Minuten. Das ging wirklich ganz, ganz schnell bei mir. Also innerhalb dieser 10 Minuten wurden diese Phasen unfassbar verkürzt. Ich habe auch gar nicht mitbekommen, wie Justus' Auto gefahren ist. Also er hat mir dann zum Schluss erzählt, dass er ein paar Überholungsmanöver wohl gemacht hat. Zum Glück habe ich das nicht mitbekommen. Ich war einfach viel zu sehr beschäftigt mit dem Veratmen. Als wir dann endlich auf dem Parkplatz angekommen sind, Justus den Motor ausgestellt hat und es hieß, ja, jetzt muss ich ja quasi aussteigen, um ins Krankenhaus reinzugehen, habe ich gedacht, wie soll ich das bitte machen. Also ich hatte wirklich schon krasse Wehen. Und ich habe nur noch die Tür aufgemacht. Ich bin irgendwie da rausgekommen. Und als ich da stand vor dem Auto, da ging dann wirklich los mit Presswehen. Und ich konnte mich eigentlich nicht mehr bewegen. Also jede Frau weiß, dass sie Presswehen hat. Da kann man sich eigentlich nicht mehr bewegen. Da kann man nicht mehr laufen. Da kann man eigentlich auch gar nicht mehr stehen. Und ich musste ja aber, also ich musste ja irgendwie in das Krankenhaus rein. Und Justus hat mich irgendwie versucht zu stützen und mitzuziehen. Und alle paar 10 Schritte musste ich wieder aufhören und veratmen. Und dann hat er versucht, irgendwie einen Rollstuhl heranzuschaffen, was auch total unmöglich war, weil es da irgendwie keinen Rollstuhl gab in diesem Krankenhaus. Zumindest nicht im Erdgeschoss. Und was ich auch sehr typisch finde, ist es eigentlich immer so, also falls es einem richtig, richtig schlecht geht, dann kann man davon ausgehen, dass alle Menschen, die um einen herumstehen, einem nicht helfen werden, sondern einfach, ja, nur auch da rumstehen, ein bisschen gucken oder ja sagen, ja, vielleicht ist da ein Rollstuhl, vielleicht auch nicht, aber ja, nicht wirklich mithelfen. Irgendwie hat es Justus also geschafft, mich in dieses Krankenhaus mit reinzuziehen, so halb gestützt. Und ja, ich weiß auch nicht, wie er das gemacht hat. Aber dann kamen wir dort an und ich musste halt in diesen Fahrstuhl noch rein. Denn wir mussten in den ersten oder in den zweiten Stock, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich musste auf jeden Fall noch hoch. Ich habe mich also irgendwie zwischen zwei Presswehen da in diesen Fahrstuhl reingequält und während dieser Fahrstuhl nach oben gefahren ist, hatte ich keine Presswehen. Aber dann, als die Tür aufgegangen ist, dann ging es direkt wieder los und ich musste ja raus aus diesem Fahrstuhl und ich konnte in diesem Augenblick aber wieder nicht laufen und das war ja alles nur schlimm und ich dachte nur, oh nein, ich will jetzt eigentlich am liebsten mich jetzt hier hinsetzen, hier hinlegen und nicht mehr laufen. Es war einfach so eine unfassbare Quälerei, dass man mich gezwungen hat, zu laufen. Also es ist ganz, ganz schlimm einfach, weil man in diesem Augenblick pressen möchte. Ich hatte wirklich Panik, dass es eine Fahrstuhlgeburt wird, weil ich mich einfach nicht mehr bewegen konnte, nicht mehr von der Stelle bewegen konnte. Aber als diese Fahrstuhltür aufging, da kamen auch schon Hebamme und Schwestern. Die Schwestern haben mir nicht geholfen, aber die Hebamme, also die kam gleich und hat mich auch unterm Arm genommen. Dann hatte ich auf der einen Seite Justus, auf der anderen Seite die Hebamme und sie hat mich eben auch gezwungen zu laufen, weil ich musste ja in den Kreißsaal hinein und ich konnte nicht. Und dann haben sie mich wirklich irgendwie so gehievt und dann da reingeschleppt und ich habe wirklich währenddessen Presswegen gehabt. Ich habe geschrien. Es tut mir so leid für alle, die auf dieser Station waren. Die haben mich auf jeden Fall gehört, aber ich konnte wirklich nicht mehr. Es waren schon Presswegen gewesen und sie haben mich dann irgendwie in diesen Kreißsaal gebracht. Ich weiß noch, irgendjemand hat mir die Hose ausgezogen. Ich glaube, es war Justus. Ich habe das alles nicht mitbekommen. Dann habe ich mich nur noch auf dieses Bett irgendwie gerollt und dann ging es auch schon los. Also dann gab es kein Halten mehr. Dann habe ich sofort angefangen zu pressen. Endlich. Endlich konnte ich pressen. Es ist so eine Erleichterung. Meine Fruchtblase war auch schon da direkt unten und sie ist nicht geplatzt. Also bei mir platzen Fruchtblasen nicht, wie in einem amerikanischen Film. Das war auch bei der ersten und zweiten Geburt so. Also die mussten immer aufgeritzt werden. Das war auch dieses Mal eben. Und die Hebamme hat das einmal gemacht. Dann kam natürlich das ganze Fruchtwasser und dann konnte ich endlich auch das Baby pressen. Während ich Presswehen habe, ist es bei mir auch wirklich so, ich bin irgendwie ganz woanders. Also ich bin in einem Vakuum voller Schmerz. Ich höre auch nicht mehr wirklich viel. Ich sehe nichts, weil ich meine Augen total zukneife. Und die einzige Stimme, die ich die ganze Zeit gehört habe, war die von der Hebamme. Das war Gott sei Dank eine erfahrene und etwas ältere Hebamme schon. Sie hat immer ganz so ruhig mit mir gesprochen. Das war wirklich die einzige Stimme, die ich da irgendwie rausfiltern konnte aus diesem ganzen Chaos. Denn Justus hat mir erzählt, dass da noch unter anderem drei Schwestern um mich herum getanzt sind. Keine Ahnung, wo die waren. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Und eine stand wohl auch direkt neben mir und hat mir CTG an den Bauch gehalten, weil es natürlich überhaupt keine Zeit mehr gab, um mir diesen Bauchgurt anzuziehen und Groß-CTG anzulegen. Justus' Stimme habe ich natürlich auch gehört, aber er hat nicht viel gesagt. Also er hat einmal gesagt, Nancy, du schaffst es! Aber ansonsten hat er auch nichts gesagt. Also gerade so Männer, also muss man schon sagen, Männer sind ja, wenn die Frau Presswehen hat, ziemlich hilflos. Und das ist eigentlich ganz süß, wie ich finde. Auch die gestandensten Männer sind in diesen Situationen komplett hilflos. und ich muss auch leider dazu sagen, ziemlich nutzlos, weil sie einfach nur da sein können und ja nicht wirklich mithelfen können. Sie können dir die Schmerzen nicht nehmen, sie können dir nicht beim Pressen helfen. Aber mir ist das wirklich immer sehr wichtig gewesen, dass er da ist und dass ich einfach weiß, er ist da und er hilft mir irgendwie. Ja, irgendwie ist er halt da. An viel kann ich mich da nicht mehr erinnern während dieser Pressphase. Ich weiß nur, dass ich halt wirklich alles versucht habe auszuschalten und nur noch gepresst habe, wie eine Irre. Und einmal hat die Hebamme mich dann gezwungen, die Augen zu öffnen. Also es war wirklich schlimm, weil ich ja wirklich die Augen zugepresst hatte und sie hat dann gesagt, öffne die Augen und ich musste mich wirklich selbst dazu zwingen, die Augen zu öffnen. Und dann hat sie gesagt, schauen Sie mal, das Kopfchen ist schon da und dann gucke ich wirklich nur und ich sehe nur einen Kopf mit wunderschönen Haaren. Und das war wirklich das allererste, was ich gesehen habe von Lilly. Ihren Hinterkopf mit ganz vielen Haaren und ich weiß noch, in diesem Augenblick habe ich mich so sehr gefreut und ich wusste, wofür ich das eigentlich die ganze Zeit da mache, diese Schmerzen da auszuhalten. Nur für dieses kleine Baby und dann gab es auch keinen Halt mehr für mich. Da habe ich auch wieder volle Pulle gepresst, denn das ist noch etwas, was ich auch dazu sagen wollte. Also bei der ersten Geburt war das auch so, man presst zwar wirklich doll, aber so dieses letzte bisschen, was eigentlich fehlt, um dieses Baby rauszupressen, das habe ich mich einfach immer nicht so richtig getraut, weil man natürlich spürt und merkt, man zerberstet einfach komplett. Und dieses Mal wusste ich aber, ich muss es trotzdem irgendwie hinter mich bringen. Deshalb war das wirklich volle Pulle pressen. Und ich weiß nicht, ob ich ein oder zwei Presswehen hatte, aber das Baby war dann auch schon da. Also es ging wirklich sehr schnell. Was ganz süß war, Justus hat mir im Nachhinein erzählt, dass wohl eine etwas unerfahrene Schwester noch gefragt hatte, ob es jetzt Zeit ist, dass sie den Arzt ruft, der mir dann eine PDA setzen kann. Und die Hebamme meinte nur, nein, nein, dafür ist es schon ein bisschen zu spät. Ich werde niemals in meinem Leben eine PDA bekommen. Damit habe ich ja schon sowieso abgeschlossen. Ich weiß, dass es jede Mutter erzählt, dass wenn das Baby endlich da ist, dass es einfach das Allerschönste ist, was einem passiert. Und dass man dieses Gefühl einfach noch nie hatte und auch nie so nochmal haben wird, wie in diesem Augenblick, als das Baby da ist. Und das ist auch wirklich so. Also es ist wirklich das Allerschönste, wenn das Baby endlich da ist. Zum einen natürlich, weil das Baby endlich da ist, aber zum anderen, egoistischerweise, muss ich das dazu sagen, weil die Presswehen einfach auch von der einen auf die andere Sekunde komplett aufhören. Und diese Schmerzen, wenn sie einfach plötzlich weg sind, dann ist man einfach auch ziemlich glücklich darüber. Ich war aber in diesem Augenblick in einem absoluten Schockzustand. Natürlich, die Presswehen waren weg. Lilly war endlich da. Aber ich war total geschockt, weil sie nämlich die Nabelschnur um den Hals hatte. Also sie hatte wirklich die Nabelschnur irgendwie zweimal um den Hals. Und dieser Anblick war einfach total schockierend für mich. Denn während der Schwangerschaft hat man ja immer so ein paar Sachen, um die man sich Sorgen macht, über die man sich Gedanken macht, vor denen man große Angst hat. Und das war wirklich so ein Augenblick, wo ich dachte, oh mein Gott, was ist jetzt bitte? Und Justus meinte auch, ich habe dann wohl wirklich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott geschrien. Das habe ich auch in diesem Augenblick überhaupt nicht mitbekommen, was ich da gemacht habe. Ich dachte, ich wäre in Schockstarre gewesen. Aber die Hebamme war ganz ruhig. Also sie war wieder wirklich ganz, ganz toll. Hat ganz ruhig mit mir gesprochen und war nur, ach schau mal, jetzt ist sie da und hat sie einfach ganz in Ruhe aus dieser Nabelschnur befreit. Die war nämlich Gott sei Dank sehr locker anliegend, also nicht komplett zugezurrt oder dass Lilly schon blau war. Also gar nicht, wirklich wohl nur locker. Jetzt im Nachhinein kann ich das so sagen, ein bisschen reflektierter. Und als sie sie dann endlich komplett befreit hat von dieser Nabelschnur, habe ich sie dann endlich bekommen auf meine Brust und dann war ich wirklich glücklich. Also dann musste ich auch heulen und dann hatte ich es endlich geschafft und es war wirklich dann alles wirklich sehr, sehr schön. Endlich konnte ich dann mit ihr kuscheln und wir hatten alles Zeit der Welt. Das ist auch wirklich das Schönste, dann bleibt plötzlich die Zeit stehen, die Welt bleibt stehen und es gibt nur noch das Baby und mich und Justus ist irgendwie auch daneben noch. Ich habe Lilly einfach nur die ganze Zeit angeguckt und ja, ich habe sie einfach nur angeguckt. Also man muss sich ja alles angucken, wie die Augen sind, die Nase. Man kennt sie ja gar nicht. Also ich kenne sie ja nicht. Das Gesicht, das kenne ich ja noch gar nicht. Ich muss ja erst mal kennenlernen. Ich habe sie nur angeschaut, um sie zu studieren und ihre Haare und ihren Geruch und ihre kleinen Hände. Also alles muss man ja erst mal kennenlernen. Das ist wirklich immer die Zeit, die ich so, so vergöttere. Also das kann niemandem einem nehmen. Diese ersten Minuten, diese ersten Stunden mit einem Neugeborenen. Da wurden wir dann auch komplett in Ruhe gelassen. Also die Hebamme und die Schwestern sind dann auch rausgegangen und haben wirklich uns als Familie einfach allein gelassen, dass wir wirklich die Ruhe haben. Ich habe dann natürlich auch gleich versucht, Lilly so ein bisschen anzulegen und sie hat dann auch gleich schon angefangen zu saugen. Das war übrigens auch sehr unkompliziert dieses Mal mit dem Stillen. Also sie ist ein unkompliziertes Stillkind gewesen. Sie hat gleich gewusst, wie man saugt, wie man damit arbeitet. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also bei meinem größten, nach der ersten Geburt, war das eher sehr, sehr schwierig. Ich fand das wirklich schön, dass sie uns sehr viel Zeit gelassen haben, denn ich musste leider noch geflickt werden, so eigentlich wie nach jeder Schwangerschaft. Also beim ersten hatte ich einen Riss zweiten Grades mit Schnitt. Beim zweiten Kind hatte ich einen Riss ersten Grades und dieses Mal hatte ich leider wieder einen Riss zweiten Grades. Ja, und da muss man leider auch durch. Also es ist wirklich nicht schön und nicht angenehm, wenn man nach dieser Geburt und endlich ist alles vorbei und dann muss man eben nochmal genäht werden. Aber da gibt es ja Gott sei Dank sowas wie Betäubung und dann kriegt man nicht ganz so viel davon mit. Nur die Heilung danach finde ich sehr unangenehm, aber ja, auch das gehört leider irgendwie mit dazu. Ich weiß nicht, ob ich das sehr gut finde, dass es so schnell ging oder ob ich das eher gerne ein bisschen langsamer gehabt hätte. Ich muss sagen, es war schon sehr knapp. Also ich hätte keine Minute länger warten können, sonst hätte ich es wirklich nicht mehr in den Kreißsaal auf dieses Bett geschafft. Aber letztendlich, genau so wie es gelaufen ist, war es eigentlich auch genau gut so und ich bin wirklich heilfroh, dass Lady gesund ist und dass es ihr gut geht und dass wir es beide zusammen geschafft haben, so eine tolle Geburt, eine schnelle Geburt hinter uns zu bringen und dass wir uns jetzt mittlerweile auch sehr gut kennengelernt haben. Und da ist sie auch schon. Ganz lieb und süß geschlafen im Bettchen, während ich über die ganze Geburt erzählt habe. Also sie ist wirklich ein ganz ruhiges Baby auch. Also sie schläft viel, sie meckert nicht viel, sondern nur halt, ja, wenn sie Hunger hat. Viel mehr habe ich eigentlich auch nicht zu erzählen zu der Geburt. Also was danach passiert ist, weißt du ja eigentlich aus meinen Vlogs und was davor war, weißt du auch schon. Ich hoffe, es war interessant und ich habe niemandem Angst gemacht, der jetzt vielleicht kurz vor der Geburt steht, weil das war schon, ich sage jetzt mal, keine gewöhnliche Geburt, dass sie so schnell voranging. Normalerweise dauert das schon ein paar Stunden. Und ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wir machen uns jetzt einen schönen Tag noch zusammen kuscheln. Mal sehen, was wir jetzt gleich noch an Ausflug machen. Da freue ich mich schon drauf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!